...gelaufen ist. Aber wenn Sarah sagt, dass sie vergewaltigt wurde, dann wurde sie vergewaltigt. Könnten Sie einen der Männer beschreiben, die über Sie herfielen? Nein, ich war unten. Und da waren so viele Typen, die die Tür versperrt haben, dass ich wirklich nichts sehen konnte. Meine Schicht war zu Ende. Ich bin gegangen, als sie nach oben war. Kennen Sie einen von den Jungs? Nein. Es war eine ganze Truppe von Wüstenraudis, verstehen Sie? Die haben geklatscht, gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, sie würde sich nur amüsieren. Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musicalraum und habe es anguckt. Und meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst? Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone in jedem Teil super. Kompakt. Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie Eisdell? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.